Hallo, hier ist wieder euer TheBossi. Heute geht es um meine Top 5 Gameboy Spiele. Der Tag wurde, von wem der gemacht wurde, angefangen wurde, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn beim SehrPommes gesehen und er hat gesagt, er taggt jeden, der sich angesprochen fühlt. Ja, ich habe Lust auf den Tag und mache ihn auch gleich. Aber vorher würde ich mich noch bedanken beim Psycho Man. Der hat mir einen schönen Kanalbanner für meinen Kanal gemacht. Habe ich auch schon verwendet, ist auch schon online. Und ja, ich habe ihn in der Infobox stehen. Könnt ihr mal bei seinem Kanal vorbeischauen, würde mich freuen. Macht nämlich auch coole Videos. Und ich fange jetzt mit meiner Top 5 Gameboy Spiele an. Platz 5 ist Donkey Kong, Donkey Kong Land. Hat nichts mit der Donkey Kong Country Reihe zu tun. Wurde extra für den Gameboy auf 8 Bit gemacht. Für den Gameboy gemacht. Von Rare Studios natürlich auch. Wo Nintendo noch zu Glück Rare gehabt hat. Das Spiel wurde 3,91 Millionen Mal verkauft. Die Story geht darum, dass Cranky Kong behauptet, er hätte bei Donkey Kong Country nur Glück gehabt. Donkey Kong wegen der guten Grafik. Und deswegen hätte ich jetzt nicht das Spiel so gut verkauft. Und da wollte Donkey Kong halt es beweisen, dass er auch auf 8 Bit sich gut verkauft. Und deswegen macht er das 8 Bit Abenteuer. Ja, aber meistens ist die Story bei Donkey Kong eigentlich nicht so wichtig. Meistens werden Bananen geklaut oder... Sowas wird sich das halt immer. Platz 4 ist bei mir mein erstes Gameboy Spiel. Das ist Aladdin. Gibt's auch für den Super Nintendo. Das ist halt die Gameboy Variante. Ich habe auch die Super Nintendo Variante. Ich habe aber mehr den Gameboy-Variante gespielt. Weil ich habe damals den Gameboy geschenkt bekommen. Mit dem Classic Gameboy in Rot. Und Aladdin dazu geschenkt bekommen. Habe ich natürlich rauf und runter gezockt. Ist natürlich die schöne Disney-Musik drauf. Aus dem Film Aladdin. Ist auf allen Fällen sich lohnenswert, das so Spiel zu kaufen. Und so spielen, wenn ihr es noch nicht habt. Platz 3 ist bei mir Kirby's Dreamland. Ja, allein die Musik ist super gut. Und Kirby's Dreamland hat sich 1,7 Millionen Mal verkauft. Bei Aladdin habe ich es leider nicht rausgefunden. Kirby's Dreamland ist natürlich die Musikklasse auch. Und das Spielverhältnis. Ich habe auch geschaut. Kirby's Dreamland kam vor Kirby's Avengers beim NES. Ich habe erst umgekehrt gedacht. Ich habe erst gedacht, Kirby's Avengers wäre erst gewesen. Dann Dreamland. Dreamland kam 92 und Avengers kam 93. Habe ich mich auch gewundert. Aber ist halt so, ne? Allein die Musik mit dem... Das ist ja die... Bei dem ersten Level, das ist so cool. Ich finde das richtig geil. Dann Platz 2 bei mir. Das Pokémon Rot. Ja, brauche ich ja nicht viel zu sagen zu Pokémon. Außer noch, dass der... Ähm... Der Game-Hersteller da von Game Freak ist. Und... Ja, mit Ash und so... Und die 150 Pokémon jagen. Damals auch 150. Heute sind es ja 1000 oder... Ich weiß nicht wie viele, aber... Ich habe es bis, glaube ich, bis zur gelben... Ne, Quatsch. Bis zur Gold-Silber-Edition gespielt. Und dann habe ich aufgehört. Weil mir dann nicht mehr gefallen hat. Da wurde es mir zu viel mit dem Pokémon. Vielleicht hole ich noch Diamant und... Das man auch vielleicht noch... Platz 1 kommt bei mir. Super Mario Land. Das hat sich 18 Millionen Mal verkauft. Ist natürlich auch ein klasse Spiel. Kennt auch jeder. Brauche ich auch nicht viel zu sagen. Drüber. Muss man halt mit Mario... Paar Level, wie immer... Paar Goombas... Platt springen. Und halt... Diesmal, glaube ich, Daisy retten. Nicht Peach. Und... Ja. Ich muss noch zwei taggen. Ich tagge einmal... Slane McGrawff, also The Tommy. Und checke es Number One. Ich hoffe, ihr zwei macht mit. Ich schreibe euch auch noch an. Per PN. Das war's dann für heute. Ferti. Euer... The Bussy.